Ja, hallo. Grüße, Kathrin und Christina. Ja, so, Daten, 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 Schutz von Daten, Datenschutz ist wichtig, schützt uns alle, aber wie macht man das richtig oder ganz besonders falsch? Kathrin, du beschäftigst dich ja personell mit dem DSPVO und Christina, du bist Hexe, ID, Sicherheitsbeauftragte, aktiv bei Kultubatis und beschäftigst dich ebenfalls aktiv mit Datenschutz. Und ich habe gehört, bei eurem Talk geht es um die kreative Umsetzung und falsch verstanden Datenschutz. Dann, ja, bitte zu eurem Talk. Ja, vielen Dank. Dann erstmal, ja, herzlich willkommen zu dem Morgenprogramm. Dann herzlich willkommen an alle, die so früh aufgestanden sind, denn eigentlich ist es ja auch erst kurz nach 10. Bei uns gibt es heute Datenschutz Wildlife und der Untertitel lautet Achtung, Datenschutz, jetzt wird es wild. Und wir wollen das natürlich nicht alleine machen, sondern mit euch zusammen. Genau. Ich bin Christina und wie der Herald mich ja auch schon vorgestellt hat, mache ich so Dinge mit IT-Sicherheit und Datenschutz. Und ihr findet mich auf Twitter unter CSS-Mate. Wir wollen gerne auch jetzt schon interaktiv gestalten. Ihr seht da den Link zum Fragenzustellen oder eben auch schon an Abstimmung teilzunehmen. Wir wollen mit euch zusammen abstimmen. Ist das noch Datenschutz? Ist das Kunst oder kann es weg? So, und wir starten direkt mit einer kleinen Einführung. Was ist das Problem, worauf wir heute nochmal so ein bisschen den Fokus legen wollen? Nämlich das, was ihr wahrscheinlich schon am häufigsten gesehen habt und was bei jedem Breach auch, glaube ich, das Erste ist, was irgendjemand von sich gibt. Die Sicherheit eurer Daten ist den Firmen wichtig. Warum ist das so putzig? Naja, also es ist mir als Verbraucherin, als Userin eigentlich komplett egal, ob das der Firma oder den entsprechenden Portalen wichtig ist. Es gibt einfach Gesetze und Regelungen und Verordnungen, an die sich jeder zu halten hat. Und da ist dieser Satz, der Schutz ihrer Daten ist uns wichtig, gerade nochmal so ein bisschen so ein Augenmerk, um besonders, denke ich mal, bei Firmen zu sehen, wo der Datenschutz eben überhaupt nicht wichtig ist, sondern einfach nur ein Block, eine Komponente, die dann in irgendeinem Generator dann rausgegeben wurde, um dann so einen Blockbaustein für den Datenschutz einfach rauszugeben. Und du bist wieder live drin. Wir haben euch ein paar Beispiele mitgebracht und die gehen wir dann, so weit es passt, dann zusammen mit Katrin durch. Die Beispiele sind, ja, so ein bisschen gemixt, gewählt, das, was wir so an interessanten Sachen rausgefunden haben. Und, ja, zusammen mit euch wollen wir das dann durchgehen und schauen, ob das hier noch Datenschutz-Umsetzung ist, ob das ein Kunstwerk ist, was nochmal irgendwo besonders behandelt werden sollte oder vielleicht irgendwo aufgehangen werden oder ob es einfach auch wirklich Trash ist und weg kann. Genau. So. Und jetzt bin ich halt auch hoffentlich mit dabei, aber ihr wisst ja, it's not a bug, it's a feature. Was haben wir denn hier? Wir haben hier, haha, Edeka, wir wollen jetzt natürlich keine Werbung machen, eine Datenschutz-Einverständniserklärung auf dieser ersten Folie. Diese Einverständniserklärung war so lang, dass sie nicht auf eine Folie gepasst hat, sondern, naja, Christina, wir haben eine zweite Folie dazu gemacht. Also hier oben, ne, soll man sein Einverständnis erklären und hier unten, falls ihr das dann noch lesen könnt, auf der zweiten Folie steht dann drauf, ich willige ein. Na, was denn jetzt? Einverständnis? Einwilligung? Ist das eigentlich dasselbe? Ist das überhaupt relevant? Cool, an diesem Screenshot ist hier natürlich, also für alle, die das hier noch so lesen können, da hat jemand Bier bestellt, ja, also Wickhüller, Münchner hell und die Anweisung dazu, ne, kalt, Ausrufezeichen, die ist natürlich total grandios. Aber, Christina, sag mal, brauche ich jetzt hier überhaupt eine Einwilligung oder ein Einverständnis oder was machen wir jetzt hier? Ja, also für mich ist das eigentlich schon fast ein Kunstwerk, aber wir wollen euch natürlich nicht zu lange auf die Folter spannen. Nein, das kann weg. Genau, also ich habe ja auch schon mit Christina besprochen, Mensch, das ist eigentlich sogar doppelt falsch, ne, weil ich habe hier doppelt gemoppelt Einwilligung und Einverständnis und ich brauche aber gar keins von beiden. Wenn ich mit irgendjemandem einen Vertrag habe, dann kann ich natürlich auf Grundlage von so einem Vertrag das verarbeiten. Wichtig oder schön wären natürlich noch diese obligatorischen Datenschutzhinweise, aber grundsätzlich dieses Formular, ich weiß nicht, wer EDK da beraten hat. Ja, Christina, ist dann eigentlich irgendwas in unserem Pad passiert? Das werden wir dann mit dem Harald bald rausfinden. Ja, sehr schön. Also auf jeden Fall fleißig abstimmen. Genau, und jeder nur ein Kreuz, also pro Beispiel. Genau, wie es sich zu Ostern gehört. Genau. Ja. Willst du? Ja, also schon wieder Einwilligung. Also Einwilligungen sind überhaupt sehr beliebt im Datenschutz, wo man nicht alles einwilligen kann. Und das ist tatsächlich nochmal so ein besonders schöner Fall, wenn ihr euch das später mal vielleicht nochmal auf Twitter anschaut, gibt es dazu auch nochmal eine längere Geschichte. Und zwar die Einwilligung vom Vermieter, die Sachen an den Handwerker, die Daten des Mieters an den Handwerker zu übertragen. Also, naja, ich sag mal, ja, ich könnte mir auch noch ein paar andere Dinge überlegen, warum das vielleicht keine gute Idee ist, aber was hat das dann mit Datenschutz zu tun? Na ja, so halb, sag ich mal, so halb. Grundsätzlich, wir haben ja gerade gesagt, wir haben einen Vertrag, so einen Mietvertrag, sagt ja, der Name ist auch ein Vertrag. Und wenn bei mir zu Hause irgendwie die Klospülung defekt ist oder der Wasserhahn tropft, na ja, natürlich möchte ich dann mit meiner Vermietung irgendwie sprechen und sagen, repariert das mal. Und dass da jetzt nicht der nette Mensch von der Hausverwaltung dann selber kommt und es repariert, ist ja nun irgendwie auch allen völlig klar. Also gibt man das natürlich an irgendein Handwerksunternehmen raus. Und natürlich sollten die uns Mieter, Mieterinnen auch benachrichtigen können. Aber dürfen die das denn und müssen sie das denn und überhaupt? Also, ich bin schon der Meinung, ja, das dürfen sie und das sollte halt aus diesem Vertrag halt auch daraus hervorgehen, dass das natürlich auch mit dem Handwerker völlig okay ist. Allerdings ist es natürlich sinnvoll, wenn man da jetzt nicht dem Handwerksunternehmen alle möglichen Kontaktdaten, ja, also sag mal Twitter, Instagram, Festnetznummer, Mobilnummer und E-Mail-Adressen oder so gibt, sondern, ich sag mal, einen Weg. Die Anschrift ist klar, die müssen ja wissen, wo sie hin sollen und einen Weg. Und wie Christina gestern schon feststellte, als wir das vorbereitet haben noch, na ja, vielleicht ist es dann auch bei Leuten etwas unschön, wenn dann irgendein Handwerksunternehmen die Telefonnummer hat, ja, man kennt ja solche Geschichten. Vielleicht sollte man dann doch lieber irgendwie auch auf die E-Mail-Adresse ausweichen. Und im Zweifelsfall kann man natürlich, auch wenn es ein bisschen umständlich ist, so einen Termin über die Hausverwaltung vereinbaren lassen. Dann ist das zwar so ein bisschen stille Post mäßig, aber geht auch, ja. Oder eine Postkarte mit einem Termin schicken. Mein Gott, früher, als es keine E-Mail-Adressen, jetzt fange ich auch schon an, Christina, früher. Furchtbar, furchtbar, aber als es keine E-Mail-Adressen gab und keine Handynummern, sondern maximal irgendwie ein Festnetztelefon und auch das gab es nicht bei allen, ja. Da hat man es doch auch irgendwie gemacht, dass man dann so einen Zettel in den Briefkasten geworfen hat oder dass man eine Postkarte geschickt hat mit, wir kommen am Um, bitte seien Sie zu Hause. Das hat doch auch funktioniert. Also, nicht gleich den ganzen Datensatz rüber schicken, aber schon mal mit gesundem Menschenverstand rangehen und sagen, okay, wenn der Handwerker oder die Handwerkerin da kommen soll, bräuchten Sie vielleicht eine Adresse und eine Ansprechpartnerin. Wäre gut. Genau. Also, so viel gestehen wir einfach mal den Unternehmen auch zu, dass sie das auch professionell an der Stelle handhaben. Ja. Und weiter geht's mit unserer lustigen Show. Musterfax. Naja, also, für diejenigen, die das vielleicht jetzt noch nicht so ganz erkennen können, aber wir beabsichtigen, Ihnen einen Fax mit personenbezogenen Daten zuzusenden. Um die Bestimmung des Bundesdatenschutzgesetzes einzuhalten, bitten wir Sie, den Eingang durch ein Gegenfax zu bestätigen und sicherzustellen, dass nur autorisierte Personen das Fax empfangen. So, that's not how Fax works. Nicht so richtig. Ich meine, natürlich ist es schon sinnvoll, wenn man sich mal Gedanken darüber macht, wer am anderen Ende so einen Fax bekommt. Wenn man das jetzt in irgendeine große Behörde schickt oder ein großes Unternehmen und da gibt es eine zentrale Faxnummer und ich schicke da als Betriebsärztin die Gesundheitsdaten und die Befundstellung von irgendwie dem Kollegen XY hin, so an diese eine zentrale Faxnummer, weiß nicht. Ist wahrscheinlich keine gute Idee. Andererseits, wer nutzt denn heutzutage noch Fax? Wenn ich irgendwas ganz, ganz furchtbar Wichtiges zu versenden habe und gerade wenn es um Gesundheitsdaten oder sonst irgendwelche ganz besonders schützenswerten Daten geht, dann nehme ich doch bitte eine verschlüsselte Verbindung. Oder ganz einfach, ich nehme einen Brief, ja, keine Postkarte, Brief. Pack das da rein, klebe das zu, stelle das zu und mittlerweile ist die Post ja nun auch nicht mehr irgendwie zu Pferd und Kutsche unterwegs, ja, sondern die Post, wenn man das irgendwie abends irgendwo reinwirft, dann ist es in der Regel am nächsten Tag auch da. Also, der große Zeitverlust ist es da auch nicht mehr. Aber dieses Musterfax, ja, das ist schon, also ich würde echt schon sagen Kunst, oder? Ich weiß nicht. Also, es ist auf jeden Fall Kult, muss man dazu sagen. Und sollte vielleicht irgendwie erhalten bleiben. Zumindest als, ja, nette Anekdote, die man gerne im Datenschutz weitererzählt. Definitiv. So, im Pad wird übrigens auch fleißig abgestimmt. Und wir machen weiter mit unserem Friseurbesuch. Ach ja, die Pandemie hat schon so ein paar Blüten irgendwie sprießen lassen. Und da ist natürlich auch im Datenschutz keine Grenze der Kreativität gesetzt. Erstmal, ich meine, das kennen wir eigentlich alle auch schon so aus Arztpraxen, aber jetzt auch beim Friseurbesuch. So, nach dem Motto Kontaktverfolgung und Gedöns. Jetzt das Formular beim Friseur, Katrin. Also, ich bin ja relativ begeistert von diesem Formular, weil es sich ja offenkundig um einen Zettel handelt, den quasi der Besucher oder die Besucherin ja einzeln bekommt. Ich glaube, das kennen wir ja alle, wenn wir irgendwo hingehen oder gingen damals, damals, als die Restaurants noch öffnen durften. Und dann bekam man so eine Unterschriftenliste, wo man davor schon irgendwie die letzten 30 Leute gesehen hat, die sich eingetragen. Und man wusste ganz genau, die 20 Menschen, die nach einem kommen, die sehen dann auch alle möglichen Angaben. Das war natürlich überhaupt nicht datenschutzkonform. Ja, selbstverständlich nicht. Sondern da gab es dann halt von den entsprechenden Gewerkschaften oder von den anderen Sachen, also irgendwie DEHOGA oder andere Leute, haben dann auch Listen rausgegeben und haben gesagt, diese Listen sind für euch intern, damit ihr das vielleicht nochmal zusammenfassen könnt. Aber pro Person bitte einen so einen Zettel und den Zettel dann zusammenfalten und gut verwahren, einen Briefumschlag, eine Wahl ohne whatever. Und insofern ist dieses Bildchen, Christina, du kannst es ja eben nochmal kurz zeigen, das ist also, man sieht, da ist halt eine Person, hat da irgendwas unterschrieben. Und was sie unterschrieben hat, ist glücklicherweise keine Einwilligung oder irgendwas, sondern es ist nur die Zusicherung, dass die Person halt nicht krank ist, kein Husten, kein Schnupfen, keinen Geruchsverlust hat. Also dieses, ich bin irgendwie halbwegs gesund, naja, lassen wir mal dahingestellt, ob das jetzt auch wirklich so sinnvoll war. Aber ein Zettel pro Nase. Und darunter gibt es halt Datenschutzhinweise. Und diese Hinweise sind natürlich notwendig, denn auch wenn so eine Friseurin oder ein Friseur dazu verpflichtet ist, gesetzlich diese Daten zu erheben, diese Kontaktnachverfolgung, das steht in jeder der einzelnen 16 Landesverordnungen zur Corona-Geschichte drin, muss uns als, ja, frisierwilligend sozusagen, ja auch gesagt werden, was mit diesen Daten gemacht wird. Das ist quasi auch eines der Rechte, die sich aus dieser Datenschutz-Grundverordnung ergeben, dass wir die Informationen bekommen, wie diese Daten verarbeitet werden. Und das haben die ja echt ganz gut gemacht. Haben halt reingeschrieben, warum, wieso, weshalb und dass das eben mit dieser Verordnung zu tun hat, dass wir bestimmte Rechte haben, dass wir uns auch irgendwo beschweren können. Aber wirklich der Megaknaller ist diese Frist. Man soll nämlich immer dazuschreiben, wie lange werden die Daten aufbewahrt. Das ergibt sich im Zweifel auch aus der Verordnung. Also bei uns in Berlin zum Beispiel sind es vier Wochen. Und hier hat sich tatsächlich dieser Friseursalon wirklich selbst übertroffen. Ich fand es ganz großartig, denn sie schrieben, ja, diese Verordnung, die ändern sich ja irgendwie alle Nase lang. Und vermutlich sind es drei Wochen. Die Kolleginnen und Kollegen auf Twitter kommentierten das mit, das ist wahrscheinlich die ehrlichste Angabe zu Löschfristen, die sie jemals gesehen haben. Und tatsächlich, ja, vermutlich sind es drei Wochen. Vielleicht wird es auch irgendwann sechs oder ich weiß es nicht. Aber es steht was drin. Es ist schon ziemlich gut. Genau, auf jeden Fall. Und es ist wirklich, wie du gesagt hast, einfach auch ehrlich in diesen Zeiten. Ganz genau. Ja, wir haben dann nochmal ein vertretbares Beispiel reingeholt. Dieses Beispiel ist auf den ersten Blick eigentlich ganz witzig. Auf den zweiten Blick muss man aber nochmal ein bisschen genauer schauen. Das ist nämlich ein Hinweis darauf, dass der Vertretungsplan einer Schule nicht mehr im Netz veröffentlicht werden darf, sage ich jetzt mal erst mal so. Na ja, so Vertretungspläne sind für SchülerInnen recht wichtig. Sie müssen wissen, wann sie wo zu sein haben, welche Materialien sie dabei haben müssen und sich vielleicht auch noch seelisch auf den, die Lehrerin einstellen. Und ich finde, es ist ein schönes Beispiel dafür, wie Leute sich bestimmt Gedanken zum Datenschutz gemacht haben, aber nur das Problem gesehen haben und nicht die Lösung, beziehungsweise sich darüber keine weiteren Gedanken gemacht haben, weil ich finde, das haben wir sehr, sehr oft in Diskursen, dass immer nur das Problem, warum etwas nicht geht, diskutiert wird, aber nicht nach datenschutzkonformen Lösungen gesucht wird, wie etwas eben doch umgesetzt werden kann. Das ist nämlich der springende Punkt, weil etwas erst mal in dieser einen Ausführung nicht konform ist, heißt es nicht, dass es dadurch verhindert wird oder dass der Datenschutz dann schon wieder für alle möglichen Gründe herhalten muss, warum etwas nicht geht, sondern bedeutet lediglich, dass diese Umsetzung, so wie sie geplant war, eben nicht möglich ist. Genau, und dafür aber möglicherweise eine andere Umsetzung. Und bei diesen Vertretungsplänen, also ich meine, wir kennen das alle, Leute, die sich da an ihre jüngst vergangene Schulzeit erinnern oder aber Menschen wie wir, die also auch schon schulpflichtige Kinder haben und das Ganze also auch live mitbekommen. Es ist natürlich total sinnvoll, wenn es nicht nur so einen ausgedruckten DIN-A4-Zettel irgendwo im Foyer von der Schule gibt, sondern wenn man das Ganze tatsächlich irgendwo auch digital einsehen kann. Denn wie ärgerlich ist es, wenn du morgens um, weiß ich nicht, 8 Uhr bei uns in Berlin oder 5 Uhr, 8 Uhr vor dieser Schule stehst und dann feststellst, öh, wir haben ja den ersten Block Ausfall, ich hätte eine Stunde oder zwei länger schlafen können. Es ist super, super nervig und dafür ist es natürlich total klasse, wenn man dann sagt, Mensch, ich gehe mal eben auf die Schul-Homepage, klicke den Reiter Vertretungsplan an und gucke mal, was jetzt in dieser Woche alles drin ist. Und das kann ich halt auch von zu Hause oder auf dem Handy machen und dann bin ich halt wirklich up to date. Aber das Problem ist natürlich folgendes, die Namen der Lehrerinnen und Lehrer sind ganz oft da reingeschrieben. Bei unserem Beispiel eben, ich glaube, Christina, wenn man nochmal kurz zurückgeht und wenn man sich das ganz genau anguckt, ach so, wir hatten nur diesen einen Teil, wir haben nur den einen Teil, genau. Das kommt nicht drin. Richtig, damit wir es, ach, jetzt habe ich die Lösung verraten, verdammt. Aber mach ruhig wieder weiter. Also das Problem ist halt folgendes, wenn da natürlich steht, der Herr Meier macht jetzt die Klasse 9a und die Frau Müller macht jetzt die Klasse 10b, dann, ja, also es fehlt mir schwer, das tatsächlich auch so zu sagen, aber man könnte natürlich eine Art von Anwesenheits- und Abwesenheitsprofil für einige Lehrerinnen und Lehrer dann erstellen. Ja, ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist und ob man damit nicht übers Ziel hinausschießt, ist die eine Sache. Die andere Sache ist doch, aber brauche ich denn unbedingt diese Klarnamen von Lehrerinnen und Lehrern in so einem Vertretungsplan? Nee, brauche ich natürlich nicht. Also das Basisding, was ich wissen muss, ist doch eigentlich, habe ich heute Kunst oder Musik oder Sport oder Ausfall? Bei welcher Lehrerin oder welchem Lehrer das ist, ist da irgendwie so nice to have, so nach dem Motto, wie Christina gerade schon sagte, damit ich mich moralisch vielleicht auf die, ich weiß nicht, die Schreckschraube von Kunstlehrerin einstellen kann oder ich freue mich, weil der Sportlehrer voll cool ist und immer klasse Spiele macht oder die Sportlehrerin halt sagt, Mensch, heute dürft ihr euch mein Spiel aussuchen. Aber ganz grundsätzlich, ich brauche es nicht. Ich muss halt ja nur wissen, welches Fach ich habe, damit ich die entsprechenden Bücher oder Unterlagen oder Materialien oder die Sporthose mitnehmen kann. Und entweder sind da ich halt, na gut, ich mache halt irgendeine Art von Kürzel, kürze die Lehrer irgendwie ab, oder ich lasse es halt wirklich komplett weg. Und was natürlich auch total super ist, wenn ich sage, Mensch, ich mache das auch einfach gar nicht öffentlich im Netz. Also auch diese Formulierung fand ich schon sehr hübsch, sondern ich packe es halt auf einen passwortgeschützten Bereich auf der Schul-Homepage. Ja, also wie man es macht, ist eigentlich dann in dem Moment wurscht. Klar, ich kann es halt auch wirklich öffentlich irgendwo hinstellen, wo man kein Passwort braucht, wenn da wirklich nur die Klasse genannt ist, das Fach, was entfällt und das Fach, was dafür unterrichtet wird. Solange ich jetzt nicht als Nachbardokument eine Übersicht über die Schülerinnen und Schüler mit dazufüge, in welcher Klasse die sind, ja, jetzt hätte ich ja das Problem im Grün, ist es gar kein Problem. Und ich könnte, also ich wäre tatsächlich auch fein damit, wenn die Leute dann so ein Lehrer- oder Lehrerin-Kürzel mit da reinfügen, was also die Kids und Jugendlichen dann zumindest entziffern können und wissen, was das ist. Aber auch hier gilt natürlich, dann darf auf der Schul-Homepage natürlich auch nirgendwo anders irgendeine Liste sein, wo diese Kürzel in die echten Lehrer- und Lehrerinnen-Namen übersetzt werden. Das ist übrigens ein ganz klassischer Fall mit diesen Kürzeln von Pseudonymisierung. Also ich nehme halt nicht den echten Namen, sondern ich nehme halt einen Kürzel. Christina, Pseudonymisierung können wir eigentlich auch nochmal so ein bisschen erklären, oder? Weil es ist eine ziemlich coole Sache. Ja, und vor allem bitte nicht mit Anonymisierung zu verwechseln. Das passiert nämlich auch häufig. Und der Trick mit der Pseudonymisierung ist ja eben genau das, dass man in einem bestimmten Kontext eben eine Zuordnung noch machen kann, sodass man dann eben auf die vollständige Information dann nochmal Zugriff hat oder auf das vollständige Datum, ohne diesen Kontext ist diese Information halt für Außenstehende zum Beispiel, die sich dann so ein leerer Kürzel irgendwie dann lesen, dass es dann eben nicht zu weiteren Informationen oder Informationsflüssen dann an der Stelle kommt. Und ja, wie gesagt, also für mich ist das ein sehr schönes Beispiel. Morgsige Lösungen sind Morgs, unabhängig vom Datenschutz. Genau. Und es ist natürlich, wie gesagt, klar, wenn ich jetzt also auf der Homepage zum Beispiel, ist es bei uns an der Schule so, da gibt es halt eine Übersicht über alle E-Mail-Adressen von allen Lehrerinnen und Lehrern. Man stelle sich vor, dahinter würde jetzt dann auch noch das entsprechende Kürzel stehen, was im Vertretungsplan verwendet wird, der wiederum öffentlich im Netz veröffentlicht wird. Macht unsere Schule schon seit Jahren mittlerweile so nicht mehr, sondern die haben eine andere Lösung gefunden. Aber dann müsste man ja quasi nur eins und eins zusammenzählen und hätte dann ja auch wieder die Information, welche Lehrerin zu welchem Zeit, in welchem Raum mit welcher Klasse ist. Und genau das wollen wir ja eigentlich nicht. Aber ja, Morgs ist Morgs. Ich meine, alles ist besser als der ausgedruckte Zettel irgendwo am schwarzen Brett, wo die Leute dann wirklich morgens davorstehen, todmüde sind und sich ärgern. Aber ich habe halt auch schon von Schulen gehört, die das über eine externe App gelöst haben. Und da gibt es halt dann die Möglichkeit, entweder ich habe halt einen großen Bildschirm im Foyer der Schule und gucke mir halt da eben den Vertretungsplan an. Das funktioniert natürlich nur, solange ich in der Schule bin. Wenn sich nochmal kurzfristig irgendwas ändert und ich habe diese App eben nicht installiert, aus Gründen, ja, dann bin ich natürlich so ein bisschen gelackmeiert. Und ich finde es auch tatsächlich als Mutter und als Datenschützerin extrem schwierig, wenn ich meinem Kind vorschreiben wollen würde, also als Schule. Wenn die Schule dem Kind vorschreibt, du musst jetzt entweder diese App installieren oder du kriegst die Information nur noch lokal vor Ort. Habe ich extreme Bedenken, ehrlich gesagt. Aber andererseits, ich habe mir die App angeguckt, die war okay. Hatte auch keine Berechtigung, die sie abgefordert hat. War also eine reine Informationsübermittlungs-App letztendlich. Ich mache was auf und ich gucke wo rein. Aber es ist, ja, wie du gerade schon sagtest, murksige Lösungen sind Murks. Also ich kann halt einfach als Schule nicht einfach vorschreiben, dass meine Schülerinnen und Schüler irgendeine bestimmte Software zu nutzen haben, wenn diese Software datenschutzrechtlich nicht vertretbar ist. Also wenn zum Beispiel bei uns, wir haben halt in der Klasse, es gibt einen Klassenchat, der ist in WhatsApp. Das haben die Schülerinnen und Schüler aber unter sich aufgesetzt. Da ist keine Lehrerin drin, kein Elternteil, nobody. Das haben die einfach unter sich gemacht. Das ist also völlig Privatsache. Da hat die Schule nichts mit zu tun und auch sonst niemand. Wenn jetzt natürlich irgendwie eine Lehrerin oder Lehrer auf die Idee käme, das Ganze mit WhatsApp aufzusetzen als Klassenchat, als offizieller, da würde wahrscheinlich wirklich die Hölle los sein, weil, ohne jetzt zu tief in WhatsApp reinzugehen, aber dass WhatsApp böse, böse ist, aus bestimmten Gründen, wissen wir schon alle. Und wenn dann also die Schule kommt und sagt, jetzt nützen wir aber WhatsApp, um hier einen offiziellen Kanal zu schaffen, da würde relativ schnell dann die Datenschutzbeauftragte der Schule beziehungsweise der Schulverwaltung denen aufs Dach steigen und sagen, so geht es halt nicht. Naja, im besten Fall oder halt vielleicht die nächste murksige Lösung plädieren. Aber, ja, lass uns nicht in Grete-Richtlinien und Berechtigungskonzepte ausschweifen. Ich glaube, dazu können wir hätten nochmal einen Extra-Talk dann an der Stelle machen. Wir sind bald am Ende unseres Vortrags und wollen natürlich nicht euch den aktuellen Kontext vorenthalten. Genau, Adressen vom Paketdienst. Das, vielleicht haben es einige von euch mitbekommen, in Niedersachsen war es so, dass die Leute über 80er eingeladen werden sollten. Und damit das arme Sozialministerium das jetzt nicht alles alleine machen musste und da die Leute halt Briefe zukleben mussten, haben sie gesagt, Mensch, wir nehmen jetzt vielleicht einen externen Dienstleister, zum Beispiel die Deutsche Post. Und dann hieß es aber, ja, die Deutsche Post, den können wir ja die Daten aus dem Melderegister nicht geben. Das geht so nicht. Das ist Datenschutz und das können wir alles nicht machen. Und dann, ja, hat man halt die Postadresskartei genutzt. Problem war nur, die Post erhebt aber keine Geburtsdaten. Und was hat sie also gemacht? Sie hat sich überlegt, hm, so über 80-Jährige, die haben bestimmt so ganz spezielle Namen, sowas wie Edeltraut oder Walter oder Erwin oder Lisbeth. Also haben sie nach den Vornamen gesearcht und haben halt alle Leute mit diesen Vornamen angeschrieben, so nach dem Motto übrigens, falls sie über 80 sind, sie können sich impfen lassen. Ja. Falls sie über 80 sind, genau. Genau. Ich meine zum Glück Niedersachsen, weil das wäre für einen Großteil der Kinder am Prenzlauer Berg vielleicht auch ein bisschen kompliziert geworden als neue Hippel-Namensgebung. Mhm. Ganz genau. Aber genau. Tatsächlich war auch hier wieder das Problem nicht der Datenschutz, sondern die Umsetzung. Genau. Und dass Menschen sich da keine vernünftige Lösung vorher haben einfallen lassen oder sich eben auch nicht die entsprechende Beratung geholt, die ihnen vielleicht auch tatsächlich schon mit dem Zaunpfahl irgendwie einen von Bug geben können, um zu sagen, okay, hier geht's lang. So sehen Lösungen aus. Genau. Weil hier tatsächlich, ne, das ist ja auch im Moment gerade mit dieser ganzen Corona-Geschichte, das heißt immer der Datenschutz, der Datenschutz verhindert, der Datenschutz verhindert und man kann nicht wegen Datenschutz. In 95 Prozent der Fälle stimmt das so nicht. Und bei unserem Paketdienst war es halt auch so, ne, es hatte mit Datenschutz relativ wenig zu tun, sondern eigentlich mit der Tatsache, dass es halt ein Bundesmeldegesetz gibt, was diese Melderegistergeschichten regelt, dass es dazu eine Ausführungsverordnung gibt in Niedersachsen und dass da einfach mal drin stand, dass diese privaten, also dass diese Meldedaten eben nicht an den privaten Dienstleister weitergegeben werden können. Der Punkt war aber Umsetzung. Genau wie du sagst, Christina, das hätte auch überhaupt nicht, wäre überhaupt nicht notwendig gewesen. Denn in so einem Flächenland wie Niedersachsen, da gibt es ja halt auch nicht nur einfach oben so ein Ministerium, sondern da gibt es natürlich unten drunter auch noch so ein paar einzelne, ja, Ämter und Behörden, die natürlich das Ganze hätten deichseln können, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob ich jetzt zwei Millionen Briefe verschicken muss oder 500. Und die Kommunen beispielsweise in Niedersachsen, die hätten diese Meldedaten tatsächlich zur Impfeinladung verwenden können. Wenn man sich also vorher mal so überlegt hätte und vielleicht auch mal die ganz freundliche und nette Datenschutzbeauftragte von Niedersachsen gefragt hätte, die sich hinterher natürlich genauso geäußert hat und gesagt hat, Datenschutz kein Problem, dann hätte die halt auch eben gesagt, gut, die Umsetzung würde ich vorschlagen, machen Sie es doch so und so, zum Beispiel über die Kommunen. Dann haben Sie das Problem mit diesem privaten Dienstleister nicht und dann haben Sie das Problem nicht, dass Sie jetzt Rätselraten spielen müssen, ob jetzt Edeltraut schon 80 ist oder nicht oder vielleicht erst 5. Und das ist mal wieder ein klassischer Fall von, man hat vorher nicht gut genug drüber nachgedacht beziehungsweise man hat die erstbeste Lösung genommen, die man gefunden hat, ohne darüber nachzudenken, ist es denn die beste Lösung, gibt es vielleicht noch was anderes. Und als man dafür dann Schelte bekommen hat, da durfte dann quasi wieder der Prügelknabe Datenschutz ins Feld. Genau. Und wir sind dann eigentlich auch schon am Ende unserer Zeit angekommen. Wir haben noch dieses kleine Kleckerli ganz zum Schluss. Wir müssen das auch, glaube ich, gar nicht großartig kommentieren. Cookies. Cookies. Da sind jetzt Sachen, also da hat sich jetzt tatsächlich etwas herauskristallisiert, wo ich als Datenschützerin und auch Christina, wir haben uns da beide angeguckt und haben gesagt, was ist das denn? Es ist völlig klar, dass wenn man Cookies setzen möchte, so Tracking- oder Marketing-Geschichten, dass man dafür eine Einwilligung braucht. Das wird auch gar nicht diskutiert und natürlich gibt es halt einen Schieberegler und den Schieberegler, muss ich auf Anstellen oder ich muss klicken, alle Cookies akzeptieren, irgendwas. Aber es gibt ja noch ein paar mehr Rechtsgrundlagen, nach denen man eben solche Daten verarbeiten darf. Wir haben vorhin den Vertrag kennengelernt und es gibt auch noch eine Grundlage, die nennt sich berechtigtes Interesse. Wenn ich also als Unternehmen sage, ja klar will ich Marketing betreiben, das ist ja für mich wichtig als Unternehmen, dann habe ich daran ein berechtigtes Interesse und ich als Verbraucherin, die ich sage, ist ja schön, ich will aber dein Bluetooth-Marketing gar nicht haben, kann widersprechen. Das heißt, es ist also genau umgedreht wie zum Einverständnis oder zur Einwilligung. Das hat ein ganz lieber Kollege von mir mal so beschrieben, der sagte, bei der Einwilligung, da wird erst gefragt und dann geschossen und beim berechtigten Interesse, da schießt man erst und dann fragt man, ob es okay war. Und dieses berechtigte Interesse hat aber jetzt hier einfach mal einen ganz großen Pferdefuß, wenn ich sage, ja okay, mein Direktmarketing, mein Tracking, das ist berechtigtes Interesse, da steht der Schieberegler aber auf an. Und dann muss ich mir tatsächlich die Mühe machen und muss diese Schieberegler überall auf ausstellen, weil Clear All gibt es in den meisten Cookie-Consent-Tools nicht. Und hier, das ist die Webseite von was weiß ich, ich glaube die Welt, ne? Genau. Die gehört doch, glaube ich, auch zu Springer, oder? Ich glaube. Irgendwie sowas. Da gibt es so eine Liste von, guck mal, berechtigtes Interesse und Drittanbieter. Christina hat sich die Mühe gemacht und hat diese Drittanbieter-Liste tatsächlich da mal auf diese Folie gepostet, weil ich habe nämlich diese Liste ausgeklappt und habe gedacht, ach, sehr lustig, die Drittanbieter fangen alle mit A an. Ja, nein. Das war der Anfang der Liste und die drölfzigtausend weiteren Anbieter dürfen dann durchgescrollt werden. Und ich sage mal, an der Stelle wirklich ein großes WTF. Was halt, wollte ich gerade sagen, zu unserer Zeit. Ja, wir haben noch drei Minuten, dann könnten wir zehn Minuten Q&A machen, aber wir können doch gleich anfangen. Klar, unsere Umfrage. Ja, also dann einmal danke für den großartigen Talk, also Schreckensunterhaltung vom Feinsten. Ja, dann schauen wir gleich mal zu eurer Umfrage. Und das Ergebnis ist, glaube ich, in der Nummer eins. Einverständnis oder Einwilligung, das kam eindeutig weg. Genau, das war das Edeka-Beispiel. Das doppelt falsche. Ja, bei Beispiel zwei, das, glaube ich, ist wohl tatsächlich Datenschutz, vor allem die ehrliche Frist, die Drifter gewonnen haben. Ich glaube, Beispiel zwei war die Geschichte mit den Reparaturen und den Handwerksunternehmen. Genau, der Handwerker. Ja, also das finde ich echt interessant an der Stelle, weil dazu gibt es, glaube ich, auch noch eine Geschichte mit den Behörden, die das eben auch so gesehen haben, aus welchem Grund auch immer. Genau, wir haben das auf Twitter ja neulich schon ein bisschen diskutiert. Und da haben sich zwei sehr liebe Kollegen tatsächlich kurz nach der DSGVO, nach dem Start sozusagen, als sie scharf geschaltet wurde, hat sich so ein Hashtag bei den beiden so ein bisschen etabliert, X-Files GDPR. Und einige unserer Beispiele stammen halt tatsächlich auch aus dieser Sammlung. Und wir haben dann neulich auch gedacht, na klar ist das so ein X-File, das ist doch völlig gaga. Ja, und dann meldete sich aber ein ganz lieber Kollege aus dem süddeutschen Raum und sagte, ich habe von den Behörden exakt diese Auskunft bekommen. Ich darf das nicht weitergeben. Und da haben uns echt ein bisschen die Ohren geschlackert und wir haben gedacht, so das kann ja eigentlich nicht sein. Aber tatsächlich sind auch nicht alle Behörden dieser Meinung. Und das ist auch eins der ganz großen Probleme in Deutschland, was wir jetzt auch an dieser ganzen Corona-Geschichte sehen. Der Föderalismus ist grundsätzlich eine schöne Sache, ja, ist eine gute Idee. Aber in bestimmten Bereichen, gerade wenn es jetzt um eine europa-welt-bundesweite Pandemie geht, ist es natürlich extrem schwierig, wenn dann alle 16 Bundesländer ihr eigenes Süppchen kochen. Und so ist es mit Datenschutz auch. Na klar, wenn jetzt einige sagen, aber es gibt doch einen Bundesdatenschutzbeauftragten. Aber der ist ja nicht die Aufsicht, der ist halt einfach nur für bestimmte Bundesbehörden zuständig, Telekommunikationsunternehmen, ich glaube Krankenkassen auch. Und diese ganzen 16 einzelnen Länderbehörden mit ihren Menschen an der Spitze, die sind halt weisungsunabhängig. Und was glaubt ihr, wie oft mir das schon vorgekommen ist in meiner Anwaltspraxis, dass ich halt irgendwelche Unternehmen berate und erst mal fragen muss, sagt mal, wo seid ihr denn eigentlich so handelsregistermäßig eingetragen? Und wenn ich mir überlegt habe, ah, das ist die Datenschutzbeauftragte von so und so und in dieser Frage hat die meistens das und das entschieden, dann berate ich die mal so und so. Das ist doch völlig blöd. Also ich meine, wir haben hier ein Arbeiterrecht und ein Bundesrecht und das müsste überall gleich gehandhabt werden. Aber Beratung, so wichtig. Was sagen die anderen Beispiele? Ja, das Beispiel 3, das war das Musterfax. Beschreib doch mal kurz, worum es ging. Genau, das war die Einwilligung per Fax, ein Fax zu schicken. Ja, das tendiert sehr zur Kunst, aber ich glaube, gewonnen hat man knapp, kann weg. Und ganz besonders gefällt der Kommandar, Fax kann weg. Genau, komplett. Richtig. Beim Beispiel, ja, beim Beispiel 4, der Friseur, er kam weg nach drei Wochen, was, glaube ich, ein gutes Beispiel ist, hier hat der Datenschutz gewonnen. Die Einwilligung mit dem Zettel. Genau, das ist Datenschutz kann aber nach drei Wochen weg. Sehr schön. Genau, genau, das ist tatsächlich richtig. Und genau, es war nämlich gerade ja keine Einwilligung. Das habe ich halt auch ganz oft aus diesen Formularen gesehen, von wegen, die Leute sollten sich bitte einverstanden erklären damit, dass ihre Kontaktdaten gespeichert und verarbeitet werden. Und das ist Quatsch. Wenn ich eine gesetzliche Grundlage habe, wenn also irgendein Gesetz dem Gastwirt oder der Gastwirtin vorschreibt, diese Sachen zu erheben und zu erfassen und nach vier Wochen durch den Schredder zu jagen, dann brauche ich da nicht noch eine Einwilligung. Ja, also dieser Einwilligungsmythos. Ich weiß nicht, Christina, wie ist das bei dir? Ich bin es echt leid, dass die Leute mir ständig erzählen, aber ich brauche eine Einwilligung. Ansonsten geht das doch alles nicht. Also Einwilligen sind auf jeden Fall Kunst. Es gibt einige Fälle, wo es notwendig ist. Ja, also wenn ihr euch zum Beispiel für ein Newsletter irgendwo anmeldet, ja, dann müsst ihr einwilligen. Da gibt es keine andere Grundlage. Aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt als Arbeitnehmerin eine Einwilligung erteilen müsste an meine Arbeitgeberin, dass die meine Kontodaten verarbeiten darf zum Zweck der Gehaltsauszahlung, nee, das darf sie, weil wir einen Arbeitsvertrag haben. Genau. Plus bitte auch nochmal an der Stelle darauf achten, dass es gewisse Machtgefälle gibt und da die Freiwilligkeit, naja. Genau. So, gerade im Arbeitsverhältnis, da ist das wirklich ganz, ganz schwierig, weil so eine Einwilligung muss halt unter anderem freiwillig sein. Stellt euch mal vor, ihr wollt unbedingt einen Job haben, habt ein Bewerbungsverfahren durchlaufen und dann stehen die vor euch und sagen, naja, Entscheidung gibt es nächste Woche, aber du bist doch bestimmt damit einverstanden, dass wir dich in unseren Talentpool aufnehmen für die nächsten 500 Jahre, oder? Wer sagt denn da nein? Naja, oder Videodaten oder ähnliches. Ganz genau. Gerade, gerade weil es Machtgefälle gibt, braucht man eben auch Schutzgesetze. Genau. Und die Aufklärung. Beispiel fünf, die Schulvertretung war das. Ja, das ist wohl eindeutig Kunst. So sagt das Publikum. Okay. Ja, es glaube ich, ist schon Datenschutz, aber die Begründung mit, wir veröffentlichen das nicht mehr im Netz, also da hat wahrscheinlich jeder, der sich über das Netz ein bisschen informiert hat, einmal herzlich gelacht. Also Kunst trifft auch. Kunst trifft auf Datenschutz. Genau. Da gibt es noch eine Frage dazu. Warum kann man das nicht gleich mit einem Login versehen, diese Webseite? Ja, das war unsere Frage ja auch, ne? Genau. Also man kann ja tatsächlich den Schülerinnen und Schülern ein Passwort geben und es gibt ja auch Software, die dann beispielsweise auch wirklich nur die Vertretungsregelungen auflistet, die also für die jeweilige Klasse sind, sodass man sagen könnte, man macht ein Passwort pro Klasse, was dann die Klasse eben da eingeben kann. Und dann müssen sie sich nicht durch irgendwie die 50 Zeilen von der kompletten Schule wühlen, sondern sehen nur das, was sie was angeht. Ja, es gibt zahlreiche Lösungen. Es gibt auch zahlreiche datenschutzkonforme Lösungen und Umsetzungsmöglichkeiten. Genau. Und die Schulen müssen halt vorher mal fragen und müssen das wollen. Genau. Wie sehen die anderen Beispiele aus? Beispiel fünf. Irgendwas mit Meldedaten. Das war, wir konnten da Post und Meldedaten nicht geben, also lassen wir die Post raten, wie alte Leute sind. Das Publikum sagt, das ist doch wohl Kunst. Ja, würde ich auch fragen, ne? So ein Improvisationstheater könnte man es nennen? Auf jeden Fall. Also bitte, ich möchte den Film dazu sehen. Wir haben aber, glaube ich, auch ein sehr kunstaffines Publikum. Hm. Ja, und Beispiel fünf. Ich leckere Cookies überall, wo man hinschaut, verbessern das Angebot. Das kam eindeutig weg. Ich glaube, die Frustration über die Cookie-Klicks ist schon so groß in der Welt, das ist eindeutig. Richtig. Also diese Anzahl ist wirklich einfach der Wahnsinn. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal das Beispiel mit den an Quantität Maximum Ausgeschöpften rausgesucht. Da gibt es definitiv noch mehr, genau. In eurer Erfahrung, funktionieren diese Cookie-Shoot-Klicks überhaupt? Oder werden da, ich meine, wenn ich da auf Ablehnen-Klick hindert, dass die Leute irgendwelche Skripte, dann berät tatsächlich daran, die Daten zu erheben? Kommunizieren die überhaupt, wenn die tatsächlich dann erst nicht geladen? Oder ist das oft nicht schön? Das ist nämlich das Nächste, dass teilweise, wie Katrin schon gesagt hat, teilweise wird schon erst geschossen und dann gesagt, naja, wir haben hier berechtigtes Interesse. Und außerdem muss man ja auch so ein bisschen verstehen, wie Ad-Networks funktionieren. Und die funktionieren eben nicht so, dass man Dinge einfach abschalten kann. Die sind auch mit untereinander dann teilweise so verknüpft, dass die Daten eben doch wieder an den entsprechenden Stellen landen. Insofern ist dieser ganze Wust einfach völlig irrationaler Marketing-Blub. Genau. Und ich meine, natürlich ist es so, es gibt ja, so Cookies persönlich an sich sind ja nicht böse. Es gibt auch Cookies, die sind notwendig, die sind notwendig, um den fehlerfreien Betrieb so einer Webseite zu gestalten. Und in die muss man dann in der Regel natürlich auch nicht einwilligen. Aber in alles, was ich einwilligen muss, sind halt zum Beispiel eben solche Marketing-Geschichten oder Tracking-Geschichten. Das heißt, ganz grundsätzlich ist dieses berechtigte Interesse rechtlich schon mal, also wirklich hart fragwürdig. Und ja, ich möchte mir natürlich auch sicher sein, dass wenn ich auf diese Webseite draufgehe und so ein Cookie-Content-Tool-Dingsi da drauf ist, dass also bis zu dem Zeitpunkt, wo ich auf Ja oder Nein geklickt habe, das Ganze auch noch nicht quasi mitläuft und trackt und schon irgendwas ausspielt. Und das ist dann immer eine Frage oder eine Vorgabe, die ich diesen Webagenturen dann mache, wenn ich die Unternehmen beraten habe und sage, das darf aber vorher noch nicht laufen. Und die gucken mich immer an wie Auto, so nach dem Motto, wie jetzt? Ja, das geht aber technisch nicht, sage ich, natürlich geht es technisch, weil ich es ja weiß, welche Leute gefragt haben. Aber es ist wirklich ganz schwierig und vor allen Dingen von wegen ablehnen. Guckt euch mal in Zukunft diese Cookie-Banner an, wenn ihr auf irgendwelchen Webseiten seid. Da steht immer ganz schön in grün, allen zustimmen und weiter oder ja, speichern oder ja, ich bin einverstanden. Und wenn man dann aber irgendwas einstellen will, ist es bei 95 Prozent dieser Banner so oder dieser Content-Tools, dass man dann auf weitere Informationen oder irgendwas einstellen oder hier nochmal individuell irgendwie auswählen klickt. Ich sehe ganz wenig Gestaltung und Umsetzung, wo draufsteht, nö, will ich nicht ablehnen. Und bei jeder, die ich sehe, freue ich mich. Da freue ich mich als Datenschützerin und da freue ich mich auch als Privatperson, weil ich halt nicht ständig dieses furchtbare Geklicke haben muss. Genau, vor allem, wenn es wirklich ernst genommen wird und gelebt wird. Und gerade in unserem Kontext, auch bei der DIVOC gerade, bitte auch nochmal so ein kleiner Reminder an EntwicklerInnen. Also, der Kram erscheint ja nicht magisch. Genau, so ist es. Das ist halt. Ja, und wir sind dann fast durch. Falls ihr noch ein bisschen mit uns quatschen wollt, wir sind auf jeden Fall gleich nochmal bei den Hexen in ADA. Dort kann die Party dann weitergehen. Ja, und weiter geht's um 12.30 Uhr mit Solving Problems of the Anthropocene. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.